In einer Überlieferung teilt uns unser Prophet a.s. mit, wie wir mit wenig Mühe viel Lohn bekommen können. Und zwar sagt er Wer einem Fastenden etwas zum Fastenbrechen gibt, erhält das gleiche an dessen Belohnung, ohne aber, dass dabei die Belohnung des Fastenden vermindert wird. Laut dieser Überlieferung bekommt man also die Belohnung eines Fastenden, wenn man ihm etwas zum Fastenbrechen gibt. Nun, was genau ist dieses etwas? Ein großes Festessen? Muss man dafür sorgen, dass der Fastende satt wird? In einer anderen Überlieferung, die genau diese Situation aufgreift, fragen sich die Gefährten unseres Propheten a.s.w. genau diese Fragen. Sie kommen zu unseren Propheten und sagen, dass sie Sorge haben, aufgrund ihrer finanziellen Situation von diesem Lohn nicht profitieren zu können, weil sie eben für ihre Gäste nicht genügend Essen anzubieten hat. Aber folgende Worte, folgende frohe Botschaft unseres Propheten a.s.w. erleichterten seine Gefährten. Er sagte, Allah gibt diese Belohnung jenen, die einem Fastenden eine Dattel, ein Schluck Wasser oder etwas Milch zum Fastenbrechen geben. Welch großer Segen für wenig Aufwand. So lassen sie uns gemeinsam von dieser frohen Botschaft profitieren und den Fastenden etwas zum Fastenbrechen geben. O Allah, ermögliche uns dies und erleichtere es für uns. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.